Aber wir schauen uns jetzt erstmal den Trailer an von Finding Frankie. Kurz bevor wir reingehen, noch eine Erklärung, damit ihr auch versteht, was ihr seht. In Finding Frankie sind wir scheinbar in irgendeiner Art Gameshow, Hindernisparcours. Ihr seht, sieht alles ziemlich happy aus, bis dann alles nicht mehr ganz so happy ist. Das ist die Story. Gute Zusammenfassung. In der Schule hätte ich eine Eins bekommen. Also gehen wir mal rein, schauen mal, weil hier seht ihr schon diesen Hindernisparcours. Bis es dann so aussieht. Holy Moly. Alter, übelparcoursmäßig. Oh, was war das für ein Vieh? Alter. Übelste Monster. Übelst coole Story. Übelst krasses Gameplay.